Ja, in diesem Video zeige ich dir die besten ChatGPT-Alternativen, die du grundsätzlich auch kostenlos nutzen kannst. Ich werde dir die Tools auch kurz demonstrieren, also jedes einzelne Tool, denn einige dieser Tools haben auch diverse Vorteile gegenüber ChatGPT. Viel Spaß! Ich möchte jetzt auch gar nicht lang herumreden und auch gleich mit dem ersten Tool starten. Nur ganz schnell der Hinweis, dass ich dir unter diesem Video meinen Blogpost verlinke, da, wo ich dir alle Tools nochmal aufliste und sogar noch mehr, als ich in diesem Video zeige. In diesem Video werde ich dir jetzt vier verschiedene Tools zeigen, die du kostenlos nutzen kannst, die eine sehr gute Alternative zu ChatGPT sind. In diesem Blogpost habe ich aber auch noch weitere Tools verlinkt. Also Link unter dem Video und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte gerne abonnieren. Hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um KI, aber auch Online-Marketing, Online-Business, WordPress und so weiter. Also ein Abo lohnt sich definitiv. So und jetzt starten wir mit dem ersten Tool und das erste Tool, das ist Chatsonic. Chatsonic ist eine ChatGPT-Alternative, also ein Tool, das integriert ist in dem KI-Text-Generator WriteSonic. Das kannst du kostenlos nutzen, allerdings nur mit einer gewissen Anzahl an Abfragen pro Monat. Ich möchte es mal kurz demonstrieren. Hier bin ich eingeloggt in Chatsonic, also eigentlich bin ich hier in WriteSonic eingeloggt und jetzt in dem Modul Chatsonic. Du kannst dir da eben auch einen kostenlosen Account machen. Wie gesagt, alle Links findest du in der Videobeschreibung bzw. in meinem Blogpost, der eben verlinkt ist. Ja und was ist WriteSonic? WriteSonic, man sieht es hier, wie man es halt kennt von Chatsonic. Hat man hier dieses Menü, wo ich jetzt irgendwas eingeben kann. Zusätzlich hast du aber noch weitere Funktionen, zum Beispiel hier, und dieser Toggle ist an, und zwar Include Google Data. Das heißt, WriteSonic bzw. Chatsonic kann auf aktuelle Google-Ergebnisse zugreifen. Und du hast natürlich auch hier schon mal verschiedene Personas sozusagen vordefiniert. Also du könntest hier jetzt ja auswählen, dass du jetzt hier mit einem Poeten chattest oder mit einem Philosophen, ja und so weiter. Also da sind schon ein paar Personas sozusagen vortrainiert. Und es gibt noch ein paar weitere Features, zum Beispiel kannst du auch über Spracheingabe und sogar Sprachoutput kommunizieren mit Chatsonic. Das heißt, du kannst tatsächlich mit diesem Chatbot sprechen und bekommst eine gesprochene Antwort zurück. Der große Nachteil, die gesprochene Antwort in Deutsch, das klingt so, ja wie wenn jetzt ein Native English Speaker, der nicht Deutsch sprechen kann, Deutsch spricht. Also das klingt mehr nach Denglisch. Ja, aber zumindest die Spracheingabe ist eine coole Sache. Es gibt dann auch noch, ja weitere Dinge. Also du kannst dann sogar hier eine Datei anhängen. Es läuft auch schon auf GPT-4 und so weiter. Der Nachteil, wie gesagt, du kannst es eben nur eingeschränkt kostenlos nutzen. Also nur bis zu gewissen Wörtern. Und wenn diese Wörter verbraucht sind, kannst du das auch nicht mehr weiter nutzen. Dann musst du auch das kostenpflichtige Abonnent nutzen. Wobei, wenn du noch keinen KI-Textgenerator hast, dann ist natürlich WriteSonic echt eine Empfehlung, weil der sehr, sehr kostengünstig ist und du dann eben Chatsonic auch noch integriert hast und ganz viele andere, ja großartige Tools eben da in WriteSonic integriert sind. Das heißt, WriteSonic ist eine sehr gute Alternative zum Beispiel zu Chess bei AI, die aber um ein Vielfaches günstiger ist. Kommen wir jetzt aber zur nächsten Alternative und die ist wirklich, ja sehr, sehr spannend. Die nächste Alternative ist der Genie Chat von GetGenie. GetGenie ist ein richtig, richtig cooles Tool. Ich habe das schon auf meinem Kanal ein paar Mal vorgestellt. Ich habe noch kein Video zu ChatGenie veröffentlicht, werde ich aber demnächst machen. Allerdings habe ich schon einen ganz, ganz großen Testbeitrag zu GetGenie gemacht. Ich verlinke dir diesen Testbeitrag auch unter dem Video, wenn dich das weiter interessiert. GetGenie ist eben auch eben ein KI-Textgenerator mit SEO-Funktionalität und eben mit einer Chat-GPT-Funktionalität beziehungsweise mit einem Chat-GPT-Klon. Und das Besondere an GetGenie ist, du kannst die Web-App nutzen, die ich dir jetzt gerade hier demonstriere. Also hier kannst du auf Chat klicken, dann ist hier dieses Chat-Menü. Oder du kannst GetGenie tatsächlich als WordPress-Plugin nutzen und dann direkt im Gutenberg-Editor, zum Beispiel, wenn du deinen Blog-Post verfasst, kannst du diesen KI-Textgenerator als Assistenten nutzen mit SEO-Funktionalität, mit ganz, ganz vielen Tools und eben auch mit diesem Chat-Feature. Das heißt, damit kannst du Chat-GPT direkt in WordPress nutzen. Jetzt bin ich hier nicht in WordPress, jetzt bin ich hier in der Web-App und bei GetGenie ist es ebenfalls so, du kannst eben auch verschiedene Personas auswählen, wenn du das möchtest. Deutlich mehr sogar wie bei Chat-Sonic, was wir gerade gesehen haben. Aber ich nehme jetzt mal General-Purpose und ich schreibe mal zum Beispiel, wer bist du? Fragezeichen und dann sagt er wahrscheinlich, ich bin, keine Ahnung, Genie-Chat von GetGenie oder sonst irgendwas. Du kannst es einfach genauso nutzen wie Chat-GPT. Eine Sache noch an der Stelle, wenn ich davon spreche, dass ich dir hier Chat-GPT-Alternativen zeige, müsste ich korrekterweise eigentlich sagen, ich zeige dir hier nicht Chat-GPT-Alternativen, sondern Chat-GPT-Kopien. Denn das ist einfach, was du hier siehst, das sind nicht irgendwie andere Chat-Bots, die so ähnlich sind wie Chat-GPT, sondern die nutzen alle die komplett selbe Technologie. Das heißt, da ist einfach mit dieser API-Anbindung von OpenAI, wird diese Technologie von Chat-GPT eben reingeholt und damit hast du eigentlich komplett das Gleiche. Also das ist wirklich ein Klon von Chat-GPT und du kannst es halt jetzt eben einfach genauso nutzen wie Chat-GPT. Du kannst dir damit auch was programmieren lassen, kannst dir auch einen CSS-Code ausgeben lassen. Kannst dir jetzt sagen, erstelle mir ein FAQ zum Thema WordPress nehme ich jetzt einfach mal. Ja und dann läuft das einfach genauso wie bei Chat-GPT. Bei Get-GPT, also dauert jetzt kurz, dann bekommen wir gleich ein fertiges FAQ. Bei Get-GPT ist es so, kannst du ebenfalls kostenlos nutzen und zwar für bis zu 1500 Wörter pro Monat. Das ist nicht wirklich viel. Ich nutze Get-Gini, aber in der kostenpflichtigen Version, weil das ist mein KI-Schreibassistent, den ich auch in WordPress nutze. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das Thema ist jetzt Chat-GPT-Alternativen. Aber wenn dich Get-Gini mehr interessiert, lies dir doch mal meinen Testbericht durch. Also da steckt noch viel, viel mehr drin, also eben auch eine SEO-Funktionalität. Du kannst dir auch konkurrierenden Content sozusagen direkt einfach einfügen lassen, umschreiben lassen. Du kannst damit ganz, ganz, ganz viele Sachen machen. Aber wie gesagt, und es ist eben auch diese Chat-Funktionalität integriert. Das war eben der Grund, warum ich jetzt Get-Gini hier auch genannt habe. Ja, das nächste Tool ist auch wieder ein komplett kostenloses Tool und zwar UChat. UChat kennen viele vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, war es witzigerweise noch so, du konntest UChat nutzen, kostenlos und ohne Registrierung. Jetzt sehe ich gerade, dass man sich tatsächlich anmelden muss. Wahrscheinlich mit seinem Google-Account anmelden muss, damit man UChat nutzen kann. Das wäre eben die Oberfläche, ist eben auch die gleiche Technologie drin wie bei Chat-GPT. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, wer bist du? Fragezeichen. Dann geht das nicht, weil ich jetzt hier nicht angemeldet bin. Überrascht mich auch gerade noch ein bisschen. Ich habe UChat nämlich schon ausprobiert. Es hat eben so funktioniert, ja, wie jeder andere Chat-GPT-Klon, ohne jetzt spezielle Funktionalität noch dazu. Aber es hat halt einfach ganz normal funktioniert. Man konnte eben UChat eben vor einigen Tagen noch sogar ohne Registrierung nutzen. Jetzt muss man offensichtlich ja hier ein Sign-up machen, wahrscheinlich mit seinem Google-Account. Ja, Link zu UChat ebenfalls in der Videobeschreibung. Funktioniert gut und ja, man kann das auch kombinieren teilweise mit Web-Ergebnissen und so weiter. So, und last but not least möchte ich dir Chat-Flash vorstellen. Chat-Flash ist ebenfalls wieder ein Modul in einem KI-Text-Generator. Man sieht, das wiederholt sich oder zieht sich durch. So wie Chat-Sonic ein AI-Chat-Modul war innerhalb von Write-Sonic, was eben auch ein KI-Text-Generator war, so ist der Genie-Chat eben ein Modul gewesen in GetGenie. Und genauso haben wir es hier jetzt wieder. Chat-Flash ist eben ein Modul in dem sehr, sehr bekannten KI-Text-Generator Neuroflash. Das Besondere daran ist, Neuroflash ist ein KI-Text-Generator ja von einer deutschen Firma, mit einer sehr guten deutschen Sprachqualität. Und du kannst eben Neuroflash auch dauerhaft kostenlos nutzen, ähnlich wie bei GetGenie. Bei GetGenie hast du 1500 Wörter pro Monat. Neuroflash weiß ich es gar nicht, weil ich das auch in der kostenpflichtigen Version nutze. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel man da in der kostenlosen Version bekommt. 2000 Wörter, ja genau, für 2000 Wörter. Und diese Wörter werden auch für den Chat angerechnet. Also für 2000 Wörter pro Monat kannst du es kostenlos nutzen. Wie das Ganze aussieht, Chatte mit der magischen Feder. Also ich gebe hier mal was ein, zum Beispiel, wer bist du? Und dann öffnet sich hier auf der Seite dieses Chat-Fenster. Da steht hier, ich bin eine künstliche Intelligenz, die von OpenAI entwickelt wurde. Ich mache es mal größer. Mein Name ist GPT3 und ich bin hier, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten, wo immer ich kann. Okay, also ja, so sieht das eigentlich aus und du kannst es einfach ganz normal nutzen. Voreingestellt, also da gibt es auch wieder Personas, allerdings nicht so viele, wie jetzt in GetGenie oder im Genie-Chat, wie wir gesehen haben. Sondern wir sind jetzt mal nur, ja, drei voreingestellt. Magische Feder ist einfach das ganz normale Modul sozusagen, also klassisch Chat-GPT. Und man könnte dann hier noch ein paar Sachen hinzufügen. Ist aber trotzdem nicht so viel. Als Umschreib-Spezialist, Werbefachmann, Journalist, Handing-Page-Entwickler, SEO-Berater und so weiter. Ja, aber ansonsten kannst du es halt nutzen. Ich schreibe hier jetzt einfach, erstelle mir ein FBQ zum Thema WordPress. Und dann erstellt er mir das. Und du kannst natürlich, auch wenn du jetzt den kostenlosen Account nutzt, alle anderen Funktionalitäten von Neuroflash eben auch nutzen. Da sind auch einige sehr gute Templates integriert. Kannst auch in der Du-Form schreiben und so weiter. Also ist auch für deutsche Sprache ziemlich gut geeignet. Und wie gesagt, du kannst das, ja, du kannst das dann mit einem Klick auch einfügen. Ich mache es jetzt wieder ein bisschen kleiner. Kannst dann hier switchen, andere KI-Text-Tools nutzen und so weiter, umschreiben und was weiß ich. Also ich finde das ja generell, ja, Chat-GPT kann man ja auch wirklich auch gut zur Content-Produktion einsetzen. Du solltest das natürlich nicht jetzt irgendwie dir hier KI-Content erstellen, der zu 100% dann von der KI generiert ist, ohne deinen persönlichen Input. Aber man kann es eben als Schreibassistent nutzen. Ich persönlich finde es aber großartig, wenn du jetzt so ein KI-Chat kombiniert hast, tatsächlich mit einem KI-Text-Generator. Weil dann kannst du wirklich das Beste aus zwei Welten nutzen und hast wirklich einen guten Assistenten an der Hand zur Content-Produktion. Und das ist eben, da komme ich jetzt noch ganz kurz zurück, warum ich so ein Fan bin von Get-Geney. Weil bei Get-Geney hast du einfach wirklich, ja, nicht nur diese gute Kombination, sondern es ist noch zusätzlich kombiniert auch mit SEO-Funktionalität. Und du kannst es halt direkt nahtlos in WordPress nutzen. Also wenn du Content in WordPress erstellst und du brauchst da wirklich einen guten Schreibassistenten auch mit KI-Chat, dann schau dir unbedingt Get-Geney an. Wie gesagt, du kannst es völlig kostenlos nutzen, zwar nur für 1500 Wörter, also wenn du es dann produktiv einsetzt, wirst du wahrscheinlich upgraden zu einem Plan. Wie gesagt, Link zu Get-Geney unter dem Video. Okay, das waren jetzt mal die Alternativen, die ich dir vorstellen wollte. Noch mehr findest du, wie gesagt, in meinem Blog-Post, den ich dir verlinkt habe. In diesem Blog-Post findest du, wie gesagt, nicht nur weitere Alternativen, sondern jeweils auch die Links zu den einzelnen Tools und weitere Informationen dazu. Ja, das soll es zu dem Video gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür. Schreib auch deine Meinung mal in die Kommentare, was ist die beste Alternative zu JetGPT aus deiner Sicht. Ja, und ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.